Das Publikum hat Bock auf Grace Davis und genau das will mir den Leuten gehen. Ich spiele Jack Robertson, Manager einer Superstar-Diva. Sie sind schon lange zusammen. Welche Seite ist meine bessere, Jack? Die, an der ich bin. Sie sind an einem kritischen Punkt ihrer Karriere angeleimt. Das erhöht den Druck für sie, auf der Erfolgsspur zu bleiben. Hast du über die Dauershow in Vegas nachgedacht? Dann mache ich jeden Abend das Gleiche. Mann, das wäre mein Traumjob. Grace hat Angst, eine neue Richtung einzuschlagen, aber trotz all ihrer Konflikte sind sie ein großartiges Team. Gib mir noch so ein Gummi-Ding. Nicht vergessen, 20% gehen an mich. Unfassbar. Bei der Rolle musste ich nicht lange überlegen. Es ist witzig. Jack denkt, er wäre der Star. Du musst mich markieren, Schatz. Auf Instagram, auf allen Grams, die du hast. Mit ihm zusammenzuarbeiten war sehr aufregend und lustig. Verdammt, ich bekomme immer noch Gänsehaut. Ich meine, es ist Ice Cube. Intergalaktisch. The High Note. Ab 26. Juni im Kino und als Video on Demand.